Hier präsentieren wir die 5 beste Gewürzregal Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Goumeyer Gewürzregal Wand 4 Erset. Das Glanzgut Gewürzregal besteht aus hochwertigem Edelstahl und hat ein unverwechselbar elegantes Design. Das Gewürzregal besteht aus 3 schwarzen Edelstahleinlegeböden, die an Schranktüren oder an der Wand befestigt werden können. So müssen keine Löcher gebohrt werden, um das Regal zu installieren. 18 Gewürzdosen aus rostfreiem Stahl sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Das Gewürzregal ist dank des hochwertigen Edelstahls und der schwarzen Farbe sehr ästhetisch in jeder Küche. Nummer 4. E.Cole Bambus Gewürzregal Gewürzständer für Küchenschrank und Arbeitsfläche Gewürzhalter gleich. Dieses umweltfreundliche Gewürzregal ist in jeder Küche ein toller Blickfang. Das Gewürzregal ist 10,5 cm tief, 43 cm breit und 18 cm hoch. 18 mitgelieferte Gewürzdosen aus Glas finden in dem Regal Platz. Das Gewürzregal kann auch platzsparend auf ein Regal oder eine Küchenbox gestellt werden. Auf dem rautenförmig angeordneten Regal aus Bambus und Hartholz finden 18 Gewürzdosen Platz. Die Konstruktion ist nicht nur äußerst robust, sondern besticht auch durch Ihre schicke Optik. Wenn Sie möchten, dass Ihr Gewürzregal sowohl funktional als auch attraktiv ist, ist dieser Artikel ideal für Sie. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer Dritter Kitkeny Star Freistehender Universaler Gewürzregal Gewürzregal gleich Sie können dieses Kitkeny Star Gewürzregal überall in der Küche aufstellen. Es ist 6,5 cm tief, 34 cm breit und 33 cm hoch. Es ist keine Befestigung an einer Wand oder einem Regal notwendig. Das Gewürzregal wird nur zusammengesteckt und auf ein Regal oder einen Arbeitstisch gestellt. Dieses Regal kann nützlich sein, wenn Sie viele Gewürze haben, die Sie aufbewahren möchten. Es besteht aus einem Metallgitter und hat drei Schichten mit Platz für zahlreiche Gewürze. Es bietet standardmäßig Platz für bis zu 24 Gewürzdosen. Es kann verschoben werden und ist sehr praktisch. Nummer 2. Meteltex 364.650.000 In- und Out Gewürzregal ausziehbar, Metall, Silbermetallic. Die platzsparende Lösung für die Küche ist dieses Gewürzregal von Meteltex. Für die Montage werden keine Schrauben benötigt. Verwenden Sie einfach Klebstoff, um das Gewürzregal an dem gewünschten Ort zu befestigen. Das Regal ist wirklich einfach zu benutzen und solide. Es hat die folgenden Maße 22 cm lang, 28 cm breit und 6 cm hoch. Das Gewürzregal lässt sich einfach auf einem Küchenregal anbringen und ist bei Bedarf abnehmbar. So sind alle Ihre Gewürze leicht zugänglich. Das Gewürzregal hat eine schlichte Metalloptik und besticht durch seine Portabilität. Und die Nummer 1 unserer Liste, M-Design Affix Gewürzregal selbstklebend, dreistöckige Gewürzaufbewahrung gleich Komma 3. Küchenschränke und Türen sind perfekt für unser M-Design Gewürzregal geeignet. Jede glatte und ebene Oberfläche kann für die Montage des Regals verwendet werden. Das Gewürzregal wird einfach auf die Oberfläche geklebt, Schrauben sind nicht erforderlich. Das Regal besteht aus Metallstäben und einem Kunststoffteil, das an der gewünschten Stelle befestigt werden kann. So kann man das Gewürzregal beliebig verschieben, ohne Kleberrückstände zu hinterlassen. Wer keine Löcher in seinen Küchenschränken oder Wänden haben möchte, wird es fantastisch finden. Das Regal ist 31 cm breit, 7,4 cm tief und 38 cm hoch.